In diesem Video möchte ich nochmal auf das Arbeiten mit Ebenen eingehen. Ich habe hier einmal ein Bild mit Wolken und einmal mit dem Flugzeug. Und ich möchte jetzt dieses Flugzeug über dieses Bild mit den Wolken bringen. Das sieht der Hintergrund viel schöner aus als dieses langweilige Blau. Ja, wie mache ich das? Ich gehe mal erst auf das Bild mit den Wolken. Dann sage ich entweder Datei als Ebene öffnen. Wenn ich das nicht mache, wenn ich Datei öffnen sage, dann wird nur nochmal das Flugzeug in einer extra Karteikarte geöffnet. Ich möchte es aber hier haben. Hier sage ich entweder Datei als Ebene öffnen. Ich wähle dieses Flugzeug aus. Oder es erscheint dann gleich hier. Ich lösche das mal wieder. Oder ich mache entsprechend den Windows Explorer auf und ziehe diese Datei auf dieses Bild. Und dann habe ich das ebenfalls so, dass es hier oben aufliegt und liegt nun über diesem Wolkenbild. Man kann mit diesen Augen auch die Ebenen entsprechend ein- und ausblenden. Wenn ich jetzt aufs Auge klicke, dann ist dieses untere Bild sichtbar. Ich mache mal die zwei wieder zu, sonst verwirren die vielleicht nur noch. So, und ich möchte jetzt hier dieses Blau entsprechend weg haben, damit hier unten diese Wolken zum Vorschein kommen. Ich habe das in einem anderen Video schon gezeigt. Man kann das mit dem Radiergummi machen. Wenn man hier allerdings wegroppelt, dann kriegt man nur die Hintergrundfarbe. Die ist auf weiß gestellt. Und um jetzt hier dieses andere Bild, die Wolken durchscheinen lassen zu können, braucht dieses Bild mit dem Flugzeug eine Transparenz. Das finden wir unter Ebenen, Transparenz, Alpha-Kanal hinzufügen. Und wenn das jetzt der Fall ist, kann man hier entsprechend mit dem Radiergummi das Hintergrundbild praktisch freirubbeln. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, eine etwas saubere und schnellere Variante, und zwar mit der Vordergrundauswahl am besten. Wenn wir hier so einen einfarbigen Hintergrund auch haben. So, dann hier noch ein bisschen rummalen. Das müsste eigentlich ausreichen. Okay, dann ist hier jetzt das Flugzeug markiert. Enter-Taste noch drücken. Und ich invertiere jetzt diese Auswahl. Also Auswahl invertieren. Jetzt ist nämlich nicht das Flugzeug ausgewählt, sondern der Rest vom Bild. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Radiergummi entsprechend radiere, dann habe ich nur entsprechend den Hintergrund, den ich erwische, weil der Hintergrund markiert ist. Das Flugzeug, was markiert ist, das ist davon dann nicht betroffen. Also kann ich hier einen ziemlich großen Radiergummi-Radius wählen und das entsprechende Bild entsprechend freirubbeln. Jetzt ist es so, wenn ich mal den Hintergrund ausschalte, dann sieht man hier auch entsprechend das Schachbrettmuster. Also an diesen Bereichen ist kein Bildpunkt mehr. Und wenn man hier den Hintergrund oder diese Ebene wieder einblendet, dann erscheint das Bild praktisch durch das andere hindurch. Beim Speichern von so einem Bild, wenn ich jetzt sage, exportieren als, was nehmen wir denn her, PNG. Hier werde ich nochmal gefragt, ob die zwei Ebenen dann entsprechend zusammengesetzt werden sollen. Also wenn ich jetzt auf exportieren gehe und öffne dieses Bild nochmal. Das ist das hier. Dann sehe ich hier keine zwei Ebenen mehr. Also dieses Bild, auf die richtige Größe, dieses Bild ist jetzt praktisch zusammengepappt worden. Hier habe ich noch die zwei Ebenen. Und beim Exportieren in das PNG-Bild existieren diese zwei Ebenen nicht mehr, sondern das ist jetzt zu einem Bild zusammen verbunden worden.